Einer der bekanntesten, wenn auch umstrittensten Personen des Ersten Weltkriegs war der Brite Thomas Edward Lawrence. Auch bekannt als Lawrence von Arabien, der die Beduinen gegen das Osmanische Reich führte. Im Auftrag der Briten gewann er das Vertrauen des Königs von Mekka, um gegen ihre osmanischen Herrscher zu rebellieren. Er lebte wie einer von ihnen, kleidete wie sie und war bei den Beduinen sehr beliebt. Unter seiner Führung griffen die Beduinen das Osmanische Reich an, was ziemlich erfolgreich war. Die Beduinen hatten das Ziel, aus dem eroberten Territorium einen vereinigten arabischen Staat zu schaffen. Jedoch hatten die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien das Gebiet schon vor den Pakt mit den Beduinen unter sich aufgeteilt. Hoffe, das Video hat euch gefallen.